Siehst du diese Auto, ja? Das sind kleine Autogar. Ja, ich will ein neues Auto bauen, ja. Was einmal baut, gewirkt, und dann kann man ein Leben lang fahren, ja. Wenn was bricht, dann repariert man es, ja. Ja, so ein Auto will ich bauen, ja. Wer will mitmachen, ja. Oder sind Sie vielleicht ein Sponsor, ja. Können Sie einen sponsern, ja. Dann kommen Sie zu mir und sponsern Sie mich, ja. Aber Sie müssen schon Millionen haben, ja. Ein so ein Auto kostet ja was. Aber ich habe es im Kopf, wie man sowas baut, ja. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es so gut, dann sind wir alle reich, ja. Ja, wer will es mit mir, ja. Versuchen, ein neues Auto zu bauen, ja. Wer hat so viel Geld, doch, ja. Ja, dass er mich sponsern kann, ja. Ja, wer will es versuchen, ja. Die Idee, was ich habe im Kopf, die ist sehr gut. Und ich glaube auch, es funktioniert auch. Man braucht nur das bauen, was ich sage, ja. Dann funktioniert es sogar. Man baut ein Auto, hat alles an Bord, auch ja. Und das funktioniert ein Leben lang sogar. Das ist ein Auto, man braucht nichts tanken mehr. Man braucht keinen Überwechsel mehr. Das Auto fährt und fährt und fährt und kostet gar nichts mehr. Das ist ein Auto, das wünsche ich mir. Ja, wer will so ein Auto mitmachen, ja. Man kann es gemeinsam bauen sogar. Eine Firma gründen und schreiben, ein Auto kam aus Österreich, ja. Der kein Diesel und Benzin mehr braucht, doch, ja. Und kein Öl. An dieses Auto wird einmal gebaut und das rennt ein Leben lang, ja. Hexe spricht das, da muss man halt reparieren, ja. Was haltst du davon? Willst du mitfinanzieren? Willst du Sponsor sein? Dann rufe an bei mir. Ja.